Bitte nehmen Sie die Nachfolgen 10 nicht ernst. Viel Spaß beim Zusehen. Der Führer geht vor. Geil, man geht ja ein. Geil, ich hab keinen Wagen. Wagen, komm her. Du kannst doch da einsteigen. Was? Wollen wir jetzt da hängen doch mal? Ja, tschüss Schoan. Schoan kann doch da einsteigen. Was geht? Ja, man kann nicht hinten einsteigen. Doch, das ist ein Viersitzer. Das ist kein Viersitzer. Okay. Bei zwei Minuten kannst du nur zwei Leute mitnehmen. Das ging doch nicht. Da bin ich ja besser gefahren. Thorsten. Mit dir sind wir gecrashed. Irgendwas wird auch explodiert, aber ich weiß gar nicht was. Ja, es wird auch viele explodieren. Mark ist gecrashed, ich lag auf dem Boden, als ich aufgestanden bin, ist alles unmissbar und explodiert. Ja, ich bin an einem vorbei getüftet, hat ein Auto vielleicht angefangen, hat das Auto jetzt explodiert. Von Thorsten. Ich habe eine orangene Skin auf meiner Diegel. Abgenutzt. Verkauf ich gerne. Hast du den Diegeli 2? Ja. Ich dachte, das gibt es nur CZ und M4. Ne, hier in der gibt es auch die Diegel. Was war das denn, Junge? Das war gewollt! Hallo! Ich stand auf zwei Rädern vorhanden. Was hat denn das? Detox! Ich würde mal sagen, GG! Danke. Ich habe vergessen, Snacks zu kaufen. Mark ist schon wieder so fett, wenn ich ihm die Tür um... äh, wenn ich so die Tür gegen ihn fahre. ist es ist auch ihr habt das Wort meiner Rüstung er hat der Goldgeber aufzuschießen ob die Granada hoch was muss denn Detox von uns stinkt man 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 er hat du und dein pinker skin wir können auch gut den pinker machen da kommt sie da ist schon mal ein Gegner er ist ein bisschen zu spüren aber okay ich bin und die Töckste das war Prozent Prozent die erste auch und Prozent ein paar Wörter Prozent Prozent die Doseg ab und an der rechten Seite Peter er hat auch noch mehr erfahren nicht wir haben die großen war auch war auch das Auto ist doch nicht mal weg Ja, du hast das weggefahren Du hast das Auto weggefahren Ich übernehme grad vorne übrigens Ja, ich bin nicht Oh, nochmal Ich bin ja mal wieder 5 Ach, na ich nicht Dann hat mich wieder Börse aufgesucht Ich hab alles gemischt Und nochmal Aber die Minderung ist ja noch nicht schon oft genug gemacht Ich glaube, bevor ich das mit Rens aufgegeben habe hatten wir es ungefähr 15 Mal versucht What? Alter, wie kann ich 15 Mal diese Mission machen? Ne, bis wir keine Lust verraten hatten Wirklich Dann warum steht der L.A. da oben? Oder E.A. Wo? Oben links Stand da grad E.A. Für Straßennamen Das ist Straße Da war grad ein Verwarten bei mir Also bei mir nicht Also bei mir nicht Alle schwarze Autos Und die da auf die Hitler Das ist gut Die da auf die Hitler Ja, geh schon auf! Dein Auto ist weg! I.A. grandios ich bin auch gleich in der Position also ich kann mich um vorne ich will mir auch Granaten aufwägen Schatz wenn er da nicht Granaten platzieren kann und einfach nur geh drücken dann BAM alle down der Helico ist da also komm mal hinten den Wagen an den flasche ich gerade und deswegen hat er noch den Wagen hör auf zu schießen da oben so, mit meinem Sniper nein, ich möchte jetzt mal Regenwerfer jetzt seriös, wir wollen hier Gangstergeschäfte machen da oben ist in meinem Kopf ungefähr ein bisschen ich weiß nicht wie du da rauf kommst ja, pass mal auf, sei hier so weg ja, pass mal auf, sei hier so weg oh, ich hätte mich gerade gemutet jo, was geht denn hier ab? von der Seite, 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 von der Seite nein, ich will da springen mach mal bitte hin, ich muss ganz schnell hoch los, ja, mach, 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 mach da weg ich werfe hier mal Vrengas runter ja stimmt, das ist gar keine so schlechte Idee ich werde mal da ganz hinten hin mit irgendeiner Garage so, Tränengas geworfen was hast du gemacht? der Tränengas liegt an den Seiten in dem er mal Quatsch äh, Kelleleine runter äh, wo ist denn eigentlich? ich kann schon mal, wenn ich hier mal drinnen warte ich soll schon mal runtergehen warte ganz ruhig hier ich bin jetzt 2 Kilometer hier hin wir folgen jetzt ähnlich wie meistens Au 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 Ich sag doch Paracel! Aber ich glaube wir können so lange verteidigen bis es dahinten ist und dann beenden wir die Mission und dann stehen wir da und dann sind wir fertig. Vielleicht geht's so. Einer geht zum Treffpunkt, die anderen schießen weiter. Also irgendwann so, dass kaum noch jemand da ist, dann rennt die Box los, wollt sich in den Aktenkopf und verpisst sich. Genau. Dann verteidigen wir weiter. Genau. Aber ich hilfe mal schwer vor dem Boot. Denn wir wissen es ja nicht, du bist ja eben grad jetzt losgefahren. Und ist ja grad gescheitert, weil wir alle runter gehen wollten. Also, ergo? Ach übrigens, ich hab den Anzug gewählt, weil das der Käuferanzug ist. Achso. Nein, ich nicht. Wir irgendwie nehmen dem Anzug Fett aus, das ist also nicht normal. Jeder von uns sieht in nem Anzug Fett aus, finde ich. Aber naja, da hat die... Hier ist aber keine Raketen mehr. Ich hab noch zwei Fremier. Doch, nein, nein, Detox, nein. Hä, doch, lassen wir Raketen nehmen. Raketen um da hin. Da vorne können wir doch Raketen nehmen. Das hab ich ja die ganze Zeit gemacht. Ich drehe den Gas hier oben raufschmeißen. Bist du dumm? Bist du dumm? Es sieht doch Arf. Ich dachte, fend die Fehler ist aus. Das fend die Fehler ist aus. Das fend die Fehler ist aus. Detox, dann fend vor einer Raketen, dann weiß ich nicht wie man den dreckig dumm zentwickelt. Ich hatte die Raketen vorgestartet bei der ersten Runde. Ich habe drei Wagen ineinander erledigt, mit einer Rakete. Ich fahre jetzt das Auto woanders hin. Merkst du dir das? Nicht hinter dem grünen Auto in Deckung gehen. Was ist meine Deckung? Nein, du gehst jetzt hinter einem anderen Auto in Deckung. Ich bist nicht ein. Du lässt mich nicht überspringen. Der Gott, wie immer auf den Schwarzen. Und sieht mich nochmal da oben. Einträgengas geschmissen. Einträgengas wurde geschmissen. Der Zweiter wird jetzt geschmissen. Nee, in Ghoule. Oh, Alter. Kann nicht v sein. Bei den Seiten in den Gängen. Fast down. Second, second. Jetzt voll so ein Schiff. Gott, warum kommen die alle her? Verpüßt das Scheiße. Okay, wer ist da oben auf dem Post? Äh, ich. Komm, ne? Ja, ich hab... Du haust dich Granat und Raketen. Egal was auf die Autos da vorne. Weil du hast eine wesentlich bessere Sicht drauf als ich. Ich hau nämlich erst immer den Scheiß-Zaun um. Bevor ich dich halt. Ja, den lässt das Auto erschienen. Wir gehen in Deckung und kümmern uns um die Seiteneingänge. Ich weiß nicht, ob ich die Raketen hervorrufe. Dieter, ich dachte, du musst ja gleich mal eine Raketen hervorruppen. Wenn es die 51.000 für Munition ausgeben. Wer trägt denn keiner der Raketenwerfer bei sich? Meine leer. Meine sind leer. Hey, Mann, zeig, zeig. Hat's grad gelingelt? Okay. Vielleicht leg jetzt schon ein paar Hupen. Ähm, wenn wir es jetzt wieder verkacken, will ich kurz AFK. Ne? Wir müssen ja kurz einkaufen gehen. Ob die Leer sind negativ hier. Ich hab auch gesagt, wenn. Mal kurz nachgucken, aber ich komm was ab. Aber wir können ja noch einkaufen gehen. Nein, ich brauche noch einen Raketen hervorrufen. Du brauchst mir mal einen Raketen hervorrufen. Ich geh noch einkaufen. Ich bin dafür, dass du dann dich um die Seitenstraße kümmerst und ich dann dieses Auto dorthin fahre. Das grüne. Weil dann kommen die erstmal so. F9, F9. Meine. Okay. Es gibt keine Raketen der Sonne. Ich kaufe gerade Raketen. Alter, du bist jetzt... Alter, hier ist nirgendwo. Äh, hab ich noch genug Schuss? Äh, hab ich auch noch genug Schuss? Hab ich auch noch genug Schuss? Schauen, guck mal auf mich. Verbesserte Zielrohr. So. Ich komme wieder. Ich komme wieder. Jetzt hätte ich gern diesen Schnelllauf-Hack. Ich konnte über die Straße rennen und mir kurz was einkaufen. Ich komme, ich hoffe, ich komme nicht zu spät. Super, Artie. Warte, wo hat es so gesagt, macht man die lange Aktion? Zweimal. Kleinmal fest. So, ich habe zehn Raketen. Ach, ich habe... Schauen, guck mal auf mich. Ich habe vergessen, Gas... Gasgranaten zu nutzen. Ist scheißegal, es bleibt da oben jetzt. Verstehe. Warte mal. Ich bin echt ne Granate oben. Geil. So, ich bin jetzt ausgerüstet aus der Omen. Ich bekomme jetzt die Pistole, nämlich die Sheriff-Pistole. Nee, ich mache Raketenwerfer. Ich mache Raketenwerfer. Oh, die kommen jetzt. Ich mache mit Raketenwerfer. Oh, die klebe gleich mal die Seitenstraße. Die Seitenstraße, wo sie abhauen, kommt am meisten Leute durch. Dann muss ich ne Granate runterschmeißen. Ich schuldig. Das war du, oder? Oder jemand, die dich anzutreten? Was du jetzt in die Richtung ist, ist ein ganz anderes Ballgame, meine Freunde. Du hast den Weg. Wir haben es. Was für ein Zufall, dass hier das FID kommt. Beide Bühne, das hat mich jetzt total überrascht. Ja, mich auch. Ich war nicht drauf vorbereitet. Ich war nicht drauf vorbereitet, ganz ehrlich. So, also Detox macht jetzt hier den Seiteneingang frei. So gut wie frei hier. Oh, da ist ein Brüche. Okay, okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich komme hoch. Ja, mach das. Ich sichere währenddessen. Oh, oh, Alter. Ich schieße nicht auf mich. Pass auf. Überleben. Überleben, ich bin sicher. Ich bin in der Garage, die geht nicht auf. Meine Garage geht nicht auf. Ich komme nicht mehr raus. Sorry. Oh gut, dann kannst du wenigstens nicht sterben. zu schluss ich komme hier nicht auf die ganze Garage Uuuuuhh Fischglöpp Au! 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 Ach das hat verbessert die Zielversiere Ich komme hier nicht raus Und der ganzen Ganaden Geht irgendwas vor Warte ich werde mal eine Ganade vielleicht überkommen Meine Garage geht nicht auf Ich habe einen Tiefkast Ich habe einen Tiefkast Ich habe einen Tiefkast Da ist ein Sniper gerade Mark töte du weiter die Leute Ich... Nein Nein Oh nein Oh die Huse Diese Huse hat meine Reifen zerschluss Hat irgendein Reifen nicht mehr zerschluss Ich bin gleich mal ein Tiefkast Ich bin gleich mal ein Tiefkast Ich glaube ich trete die nur Leute Auf jeden Fall sind ja irgendwelche von meiner Natur Ich bin gleich mal ein Tiefkast Wir kommen hier hoch wahrscheinlich Ja die sind gleich unter euch Ich sehs ja Ich hab ne Shotgun Aber für mich ist das nicht eine Tanne Sau Aua die schießen mich an Von hinten, wo Schorn's Position war. Halt noch ein bisschen, doch ich bin gleich da. So, wir sind fertig hier. Was schießt du bitte? Ich hab keine Ahnung. Ich hab' auf die Typen geschossen. Da waren die zwei. Kann mir hier irgendwer erklären, was hier vor meinem Scheiß liegt? Oh, zunah, 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 weg da! Oh, ich bin da. Hallo, ich bin gefangen hinten nochmal mehr. Ja, Moment. Oh, warte, wenn ich dagegen laufe, die sich langsam holen. Warte, ich komm schon. Los, wir nehmen den nächsten Wagen, den wir haben. Oh, da ist noch einer, den holen wir, den holen wir. Los, los. Ab durch den Gang, ab durch den Gang, ab durch den Gang. Wir nehmen den hier. Wer ist da oben noch? Ah, also... Ich hab' hier'n wunderschönes Auto. Ich hab' hier'n wunderschönes Auto. Ich hab' hier'n drückend Kopf. Ja? Meine Türen wollen nicht zugehen. Wohin müsst ihr gerade? Aus dem Gebiet raus. Fettig. Bestanden. Korn für Silber, Gold. Martin. Ja, weil du den Koffer abgeliefert hast. Und weil ich gesnallt hab. Und weil du gesnallt hast. Und weil du Raketenwerfer hast. Was? Ja, wir sind... Oh, fast Level 27. Da fehlt mir wahrscheinlich ein Prozent. Level 15. Ja, wir fehlen 3. Nö. Ja, wir feiern. Freizeit. Ich wollte aber kein Whisky trinken. Und wieder ein Heistraum? Ähm, ich bin erstmal noch kurz Afka. Okay, wie lange komm ich hier? Ähm, in diesen... Auf der Couch sitzen. Ich guck wegen Muniz.